Herzlich Willkommen zu einem Meditationsvideo auf meinem Kanal. Wer mag, kann sich jetzt ganz entspannt zurücklehnen und das Video genießen. Als erstes schließen wir die Augen und werden ganz ruhig versuchen uns zu entspannen. Wir atmen ein und aus. Wir stellen uns vor, wir sind in einem Wald, nur mit herabfallendem Laub. Wir atmen ein und aus. Wir stellen uns vor, wir wären in einem Wald, mit Bäumen, buntem herabfallendem Laub und dazu Vogelsmitschern. Dort gibt es fließendes Wasser, einen kleinen Fluss und nichts als Entspannung. Wir versuchen uns etwas zu entspannen und abzuschalten von unserem Alltagsstress. Und dort sehen wir, dass wir einfach mal alles vergessen können, nur für einen Moment lang mal den Körper entspannen. Dabei legen wir die Hände nicht zur Faust geballt, sondern ganz flach auf die Bettseiten. Wer ein großes Bett hat, kann sich lang machen, genießt einfach die Ruhe und das Geräusch, was man hört. Ein schönes Vogelsmitschern. Wer mag, kann sich auch etwas anderes vorstellen. Wir stellen uns in einem kleinen Halb. Und wir texten tief ein und aus. Wir werden ganz ruhig. Wir konzentrieren uns nur auf die Geräusche. Wir stellen uns vor, wir gehen an einen Fluss, halten dort die Hände ins schön kalte Wasser, dabei schön warme Temperaturen der Luft. Dann gehen wir weiter, alle Bäume vorbei, wer mag, kann jetzt weiter gehen, wer möchte, kann noch ein bisschen stehen bleiben und genießen. Und dort laufen Hirsche und Rehe. Und die schauen uns zu. Sie trinken ganz entspannt Hirsche, Rehe, Vögel. Und am Baum sehen wir ein Eichhörnchen. Das Eichhörnchen sammelt Wintervorräte. Und jetzt gehen wir langsam wieder zurück zum Fluss. Und von dort aus sehen wir einen kleinen Bulli. Und wir steigen dort ein. Wir starten den Motor. Und fahren langsam los. Wir fahren wieder Richtung offenes Land. Dabei schauen wir nochmal durch den Wald, wo wir an Bäumen vorbeifahren. und nach ca. 20 Minuten dann langsam wieder aus dem Bulli aussteigen und uns umschauen. Überall langsam wieder Menschen. Und wir öffnen langsam wieder die Augen und kommen wieder in die Realität. Und wer mag, kann auch liegen bleiben. Und wer nicht mehr liegen möchte, kann, wenn er mag, sich räken und strecken. Ich hoffe, es hat Euch gut getan. Und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.